Du bist gerne mal frech zu Männern und machst dann auch mal gerne so freche Sprüche und zeigst ihnen auch gerne mal, wo der Hammer hängt. Wusstest du eigentlich, dass das auch eine Vermeidungsstrategie ist, dass du extra bei Männern, die dir nahe kommen, extra ein Pokerface aufsetzt und diese Männer auf Abstand hältst, weil du eventuell einfach Angst hast, verletzt zu werden, Angst hast, mal wirklich dich zu verlieben. Also ganz häufig ist das so, wenn man das tut, immer dieses auf Abstand halten, aber dann auch irgendwie frech und keck sein, dass man eigentlich in Wirklichkeit einfach nur total Angst hat, eine Beziehung einzugehen, total Angst hat, verletzt zu werden und sich eigentlich dann nur im Kreis dreht und immer wieder merkt, dass man nicht in eine stabile Beziehung kommt.